Hallihallo, hier ist wieder euer Darsteffen zu einer brandneuen Folge Let's Play Minecraft! Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge, einen schönen Freitag, BZB Freitagabend und einen schönen Start ins Wochenende. Und ja, nun geht es mal weiter, mal schauen. Das Glas ist fertig gebrannt inzwischen. Da ist die Cola alle, alles klar, da lege ich es noch hier rein. Dann brennt der Rest noch fertig. Da ist die Tür ganz du Sau. Ich kenne euch doch. Ihr rammelt die Bude ein. So. Oh, ich guck mal, da bin ich noch schon. He. Gut, ähm, still mir doch nicht die Ohren fällt, du Sau. Sag mal. Halt die Schnauze. Geh doch. Deiner Bastard. Hallo, Skelett. Hallo, Zombie, Zombie. Hallo, Mr. Creep, Creep. Hallo, Kanickel mit Schwanz. Hallo, Skeleton da drüben. Hallo, Mr. Creep, da und dort. Hallo, noch mal Skeleton. Alter, was ist da los? Schnauze. Man, 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 ja. Volksversammlung oder was? Ich habe euch nicht eingeladen, ihr Schweine. Ich stöhne euch schon mit den Ohren zu, ey. Kein Respekt hier. Was? Die Schimmel für die Tür. Ja, ja, ist gut, Brauner. Ist gut, Brauner. Ich bin rassistisch. Sag Brauner. Hey. Schade, kann ich durch die Türboxen. Ja, halt mal. Ich will wieder runter. Das ist auch genug Kuhle. Erstmal. Das reicht nicht, dass meine Weile. Wow. Stirb, du Ratte. Ah, das ist ja einfach mal hier ein Creeper unten in der Hütte. Was geht so weit? Was ist da? Anickel. Komm runter. Festtags, äh, mal. Naht. Sorry. Gut. So, es wird langsam wieder Tag draußen. Ja, schön. Da hat noch Kuhle, die was ich auch noch gerne holen wollen. So. Muss ich mich nur mal hochbauen an der Stelle. Ey. Hast du mir die gezahlt? Ne, ne? Bestimmt nicht. Raus. So ein Arsch. Hat alle keine Mieter und tun ja einfach einbrechen. Ey. Das ist doch die Höhe. Ja, ich hatte echt mal noch Anzeige hier. Wegen Hausdienstbruch. So geht echt soweit hier. Party, alles brennt. Ja, das war's. Das ist ein Scheiß Creeper. Da. Und, da. Ja. So. So. So, ich mach's. Ich mach's. Dann. So. So. Anzeige. So, ich mach's. So. mehr bippo hallo da komm ran aufm mädchen bock du jawoll bittschlepp bittschlepp wachst hier ich hab wohl die luft zu gehen du ich bin ja du bist brav oder bist du lieb der wünschen auch nicht wieder wo kommt er ist ja da bewegt sich mit big king steffmann darauf hat er tut hier ist es hier und ist es ernst sicher zwei skelette naja ich sag zu meinem kreft mal nichts mehr das spiel mobbt er nur noch mobbing spiel was war das hier sogar der bot ich wachs euch ja ne das ist eh vandalismus und die alte jetzt herr ja du bist jetzt hat mich getroffen so war es nicht geplant aber ich etwas essen das ist doch auch bei ja um man vielleicht auch vorher vor du bist du dich ich habe mich dauernd das mache ich den uhr ich mache es mal hier dicht gut er ist ja schon geschafft wunderbar kannigelfleisch was ich damit hier fehlt was aber zu erstmal sicher ist sicher ich habe noch mal hier sechs voll mit sand wird dieser rest der volk auch schon mal wieder verplant und sand holen aber nichts besseres zu tun als dann zu holen aber es hat gebraucht und sand nichts los aber ich komme langsam voran das ist ja schon mal der hauptsache dass ich vorankommen wir wollen projekten so ach komm jetzt auf ok erst auf die hin 20 minuten okay drei minuten haben wir noch ungefähr drei vier minuten war ich halte sechs landfall soll es über mehr als wenig 36 ok das reicht erst mal was ich sagen wollte ich vertreiben so coole 28 stoff erreichen denke ich mal dass wir erreichen soja stimmt da kann die ja diese blöcke machen ich erinnere mich das sehr lange so gut jetzt aus dem block drinnen immer her das ist immer einer hat mal haben wir gleich das haben wir gleich das machen wir jetzt noch schnell so weiter halten sehr lange die kohle blöcke und mich nicht mehr drauf gekommen auf die idee solche kohle blöcke zu machen so ich mache es für jeden ofen zwei die halt dann auch eine weile hat es zu ganzen 64 krein hauen verbraucht habe ich gerade mal einen so das aufräumen hier also was ich brauche kommt hier rein da brauche ich auch gerade nicht die brauche ich auch gerade nicht das aufräumiert so perfekt die müssen brennen weg dann sind wir dann die es halten bin ich mal gespannt gut dann beende ich die folge mal an dieser stelle hoffe sie hat euch wieder viel 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 spaß gemacht ich wünsche euch doch einen schönen freitag oder restfreitag und einen schönen start ins wohlverdiente wochenende wir sehen uns dann wieder zu meinem live stream am sonntag wie immer ab 20 uhr bis 22 22 uhr 30 so lange wie ich verbrauch und ja bis dahin noch ein paar schöne tage und man sieht sich immer ein regulären display von minecraft wieder ab montag 5 uhr auf meinem kanal von das steffen möglich macht mit euch sein meine jungen padawane tschau mit v mit you dann mal ich mich